Ich hatte auch kein Problem, da mal ein bisschen auf Erkundungsreise zu gehen. Ein Wild- oder Warzenschwein? Hier genauso. Ich hoffe, es ist ein bisschen groß, finde ich, aber... Oh, jetzt noch eine Wildschweinsalami. Warum sehe ich ein Tier in Stein gemeißelt, schon kriege ich wieder Hunger. Rebellion. Hä? Warum hat es hier gerade eben so gefaucht? Was könnt ihr doch nicht bringen? Ihr könnt mich doch nicht mit irgendwas anteasern und mich dann im... Dingsbums lassen. Rebellion. Irgendwas kann man mit denen doch auch machen. Warum sind die markiert? Höfliche Kämpfe Wie fühlt sich das? Könnt ihr die Arm? Ah, wir gehen los. Nicht. Ja, wir gehen. Ja. Fuck, hat man denn... Ach hier. Ach hier. Ich habe Höhenangst. Ich habe Höhenangst. Ich habe Höhenangst. Du Lappen. Die Tierlesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Ja, ganz genau. Ach hier. Ah, das waren diese, diese, diese Dingsbums, ne? Diese Wilderer. Die habe ich zuerst angegriffen, okay. Wait, what? Okay. 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 So. Oder waren das... Da war doch schon wieder einer. Da war doch irgendwie... Ja, kann ich. Aber dann habe ich nicht. Dieser Lübbel. So, warte mal. Ich habe dir wieder bestimmt eine neue Ausrüstung bekommen. Oha. Die Handschuhe sehen nicht schlecht aus. Und geben mir eine gute Offensive. Ja, es hat sich gelohnt. Doch, wirklich. Aber ich will mich nicht zu weit entfernen. Auf der anderen Seite, warum eigentlich nicht? Das kann man mit den Dingern machen. Warte mal, was er ist, wenn ich das hierhin stelle. Gut, vielleicht sollte ich erstmal die ganzen Zauberversuchen freizuschalten. Wolle ich hier jetzt großartig. Nope. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Ah. Interessant. Interessant. Vorfliegen. Okay. Region südlich von Hogwarts. Kann ich mit dem Feuerzauber mir eigentlich so ein Eichhörnchen braten? Nein, das machen wir nicht. Okay. Aber ich kann mich überhaupt bestimmt hier hinsetzen. Nee, kann ich nicht. Da hinten leuchtet etwas grün. Ach so, ja, da hätte ich auch hinreisen können. Glaube ich. Hier ist gefährlich. Okay, dann soll ich da nicht hin. Das Ministerium für mal Zauberei. La 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 la. Sieht verlassen aus. War ich denn nicht schon mal? Ich meine schon, ne? Wer hier wohl gelebt hat? Ich. Mit meinen Rieseneiern. Au. 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 Ich habe mich selbst hochgejagt. Gern wir mal machen. Ist okay. Feenmütze. Au. Feenmütze. Gucken wir mal. Er fordert Stufe 15. Und das hier? Was gibt das? Oh. Ich habe keine Ahnung, was daran jetzt... Uniform des Vertrauens... Was? Für Vertrauensschüler mit Weste. Entspanntes Gewand. Ja, dann nehmen wir das hier. Durch meinen Mantel ist mir das alles sowieso scheißegal. Nehmen wir noch mal ein paar Floorfliegen. Hier geht es durch den Wald, durch den Wald, hier geht es, durch den Wald. Da werde ich ganz schnell alt, ganz schnell alt, da werde ich ganz schnell alt. Und hier wird die Katzen noch in Brand stecken. This cat is on fire! Das ist aber ein hässliches Mountain. Was machen die denn? Die wollen ja gar nichts. Kann ich nicht umwerfen? Eier, eine Aschwinderin. Was? Kann ich die nicht zu Fall bringen? Bin ich so schlecht dafür? Hier gibt es bestimmt irgendwie noch mal ein Fight oder so. Ich habe so das Gefühl, dass da noch irgendwas loskommt, los wird. Ist da noch irgendwas passiert? Und hier sind da auch wieder solche Halunken. Au! 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 muss ich schon sammeln. Also, nicht zwingend, aber... Au. Das würde dem Justin nicht gefallen, dass wir gerade brauchen. Eine Prüfung Merlins. Äh. Eine Prüfung Merlins. Habe ich da überhaupt den richtigen Zauber für? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ähm. Nee. Das war's nicht. Hä? 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 Okay, jetzt Prüfung Merlins. Äh. Äh. Dauerhaft. Gut, da mach ich das Rätsel halt ein andermal. Warum? Entschuldigung. Okay, das hält also bis zu 3. Verstehe, jetzt weiß ich, was die 0 von 3 bedeutet. Ob es sicher ist, sich da drin umzusehen? Sagen wir es mal so, wahrscheinlich eher nicht. Aber es interessiert mich eh nicht. Hallo? Wie komme ich denn da überhaupt rein? Mal gucken. Hier ist nix. Das bedeutet... Muss auch irgendwie... Gut, dann halt. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Au. Wollen die denn so rote, böse Augen? Hm. Sammel ich mal, was war hier? Da will ich nicht runter. Aber warum hast du mich denn dahin geführt? Das verstehe ich jetzt nicht. So, die sind also hergekommen. Ach, das packen die schon. Aber wenn du jetzt so rote, Interessant. Mal die Feuer machen. Was bringt das? Ampferreder der dunklen Künste. Bekämpfe Wellen von Gegnern. Oh, darauf habe ich Bock. Klingt jetzt blöd, aber ich habe darauf Bock. Okay. Alter, was geht denn hier ab? Was sind denn das für Zauber? Oh, was ist denn das für Kürz? Ich bin hier. Hier. Kürzio. Was mache ich hier? Es macht Spaß aber. Was ist das? Fähig! Inferni müssen mit Feuerzaubern Ja, ist mir schon klar Au Inferno Inferno Ex-Fulls 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 Anarimis Fuck Fuck! Achso, die ist ja noch auf meiner Seite. Fuck! 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 Das Gute ist, der ist eine Weile... ...greift uns eine Weile nicht an. Hm. ... 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 Ich sollte also meine alte Magie und alles stark aufheben. Da kommst du nicht davon. Es ist zu spät, um deine Fehler einzusehen. Es reicht. Kurz jetzt. Gefällt? Was ist das für mich? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020